Jo Leute, was geht's? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute habe ich mal wieder eine Geldmethode für euch, wie ihr schnell egal viel Geld verdienen könnt in GTA Online. Aber bevor das Video jetzt losgeht, nehmt auf jeden Fall an meinem Unlock All und Mord Account Gewinnspiel teil. Das einzige was ihr dafür machen müsst, ist dieses Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und in die Kommentare zu schreiben Hashtag Team Piero und warum ihr gewinnen wollt. Dann müsst ihr mir nur noch auf Instagram folgen und meine Bilder liken. Und dann will ich nur noch sagen Leute, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meiner Crew und dann könnt ihr einfach rein joinen Leute. Ich bin über jenen sehr erfreut, der in meine Crew kommt Leute. Und wir werden auch oft in den Livestreams, die übrigens auf meinem Zweitkanal stattfinden werden, Link in der Beschreibung, oft in Crew Lobbys zocken. Deswegen Leute, Link in der Beschreibung, kommt auf jeden Fall rein. Dauert nicht lange und ja, ihr werdet sehr viel Spaß haben. Und wir werden auch bald ein schönes Crew Logo haben. Fangen wir jetzt aber mal an mit diesem Video. Und zwar Leute, was müsst ihr jetzt machen? Und zwar geht ihr jetzt ganz einfach auf Online, auf Jobs und auf Missionen. Und dann geht ihr auf die Mission Wessere, den Weinberg. Die startet ihr dann Leute. Ähm, und was müsst ihr denn jetzt machen Leute? Und zwar wenn ihr gespawnt seid, geht ihr zum Haus, zum gelben Punkt. Und dann müsst ihr den Richter erledigen. Da fahrt ihr jetzt einfach allein oder mit eurem Kumpel hin, äh, tötet einfach den Richter. Also, wie ich jetzt im Hintergrund, einfach mit einer Haftbombe den wegsprengen Leute. Und dann müsst ihr ihn fotografieren. Und dann zu Martin mit Rastofan. Wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Dann würde ich erst mal sagen, ich bin raus. Haut rein und ciao. 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 Ciao.